Willkommen zu meinem Review-Video über die C.I.A.R.R.A.C.B.C.W.6736N A++ Kopffrei Dunstabzugshaube Schräg Haube 60 cm. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten zielen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Beginnen wir mit den Merkmalen dieser Dunstabzugshaube. Sie hat eine beeindruckende Energieeffizienzklasse von A++, was bedeutet, dass sie jedes Jahr 80% des Energieverbrauchs spart. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Mit einer leisen Betriebslautstärke von nur 58 Dezibel stört sie nicht den Frieden in Ihrer Küche. Die Dunstabzugshaube verfügt über ein Glas-Touchpanel, das nicht nur modern aussieht, sondern auch einfach zu bedienen ist. Mit einer Saugleistung von 650 Kubikmeter pro Stunde können Sie sicher sein, dass alle unangenehmen Gerüche und Dämpfe effektiv entfernt werden. Sie können die Haube entweder im Abluft- oder Umluftbetrieb verwenden, je nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die LED-Beleuchtung sorgt für eine helle Ausleuchtung Ihrer Kochfläche und hat eine Beleuchtungseffizienzklasse von A. Sie können die Beleuchtung sogar dimmen, um die perfekte Atmosphäre in Ihrer Küche zu schaffen. Nun kommen wir zu den Bewertungen von zufriedenen Nutzern. Kobol gibt dem Produkt eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen und lobt die Saugleistung, bemängelt jedoch die Lautstärke des Motors und die lauten Pieptöne bei der Touchfunktion. Petra Brandenburg gibt eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen und ist mit dem Design, der einfachen Montage und der leisen Betriebslautstärke zufrieden. BS gibt ebenfalls eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen und beschreibt das Produkt als einwandfrei. Es gibt jedoch auch einige negative Bewertungen. Andreas gibt dem Produkt eine Bewertung von 2,0 von 5 Sternen und bemängelt die Montage, die Funktion und die Verarbeitung. RR gibt eine Bewertung von 1,0 von 5 Sternen und empfiehlt das Produkt nicht für den dauerhaften Gebrauch. Trotz einiger negativer Bewertungen liegt die durchschnittliche Bewertung bei 4,1 von 5 Sternen, was auf eine insgesamt positive Kundenzufriedenheit hinweist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CIARRACBCW6736NA++ Kopffrei-Dunstabzugshaube Schräghaube 60 cm eine gute Wahl für alle ist, die eine energieeffiziente und leistungsstärke Dunstabzugshaube suchen. Mit ihrem modernen Design, der einfachen Bedienung und der effektiven Geruchsbeseitigung ist sie eine Bereicherung für jede Küche. Wenn Sie dieses Produkt erwerben, profitieren Sie nicht nur von seinen Stärken, sondern unterstützen auch meinen YouTube-Kanal, da ich eine kleine Provision erhalte, wenn Sie den Produktlink in der Videobeschreibung verwenden, um das Produkt auf Amazon zu kaufen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bis zum nächsten Video.